jo leute und damit willkommen zurück zu minecraft mit dem flash mit centros hoi 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 neues projekt und zwar sky pipapo projekt jetzt kommt das sky official keine ahnung projekt mit dem namen bei uns so wer macht du ich wie gesagt wir brauchen auf jeden fall block weil sonst der eine auf jeden fall runter okay warte mal er hat vier blöcke dürfen eigentlich die blätter nicht kaputt machen wir brauchen die seeds sonst sind wir am arsch so bis hierhin können wir runter machen die frage ob wir jetzt schon hier irgendwo die plattformen setzen wir müssen wir brauchen nur ein blog weil dies von schon müssen wir an der erde bauen wir müssen grund da komplett deswegen setzen wir zumindest für mich erstmal ein blog hier irgendwo dass sie wieder rausstehen ich mache einfach so ich jetzt genug ein block hätte gereicht schon und wir das nämlich brauchen weil sie und das möchte wissen taste gesneakt und so als könnte die blätter runterkommen eigentlich wenn sie lustig werden du kannst eigentlich jetzt runterkommen genau hast du so weit gemacht dass alle blätter ja ungefähr es ist ja weil zwei herren sind nicht überall es ist wenn jetzt keine seeds kommen kann aber immer passieren dass er als einem baum nicht alles macht dass man nicht so eine kiste bekommen hat oder so nö ich hätte auch standardmäßig was rein tun können so wie die ich kann ja skyblock so dass du meist immer wasser in lavaeimer hast und glaube ich ein ein wuizit und die fläche ja extrem also größer ist da hinten kann man kann eigentlich nichts drunter fallen das sind nur diese ecken hier die chance dass ein seed kommt ist immer kleiner ne ja ich weiß ich seh ich schon wieviel blätter hast du noch blätter keine kein einzigen mehr denn alle unten hingesetzt worden wir hätten nämlich den ein stick und die komische scheiße machen können glaubt dadurch kam auch er zieht er zieht so wird stoppt und zeppling erst mal ab das wäre was komm schon vier stück noch jetzt droppt er da hinten auf dem letzten und der fällt runter aber du möchtest so stehen bleiben dass er überhaupt dass man die noch auf fängt wie das warten auf so ein settling voll lustig werden kann aber wir können das halt nicht anders machen als wir uns geben oh nein 33% nur noch dass irgendwas kommt oder ja nicht oh 50 50 da hinten ist nur doch einer meine will meine will irgendwie nicht fly away little bird ich glaube da kommt ja hallo 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 nein das war es dann ist das projekt vorbei oh gott ey ähm wie heißt das ding eigentlich was zeppling ne crock hätten wir eigentlich nutzen können ja hätten hätten fahrradkette heiße gar nicht darauf dann gedacht ja gut leute Der hat eine Fahrradkette. Ähm... Warte mal. Geht halt nicht anders. Aber wir brauchen welche. Ich würd sagen... 2 Stück reichen. Oh, nicht okay. Und diesmal machen wir eine Quok. Hä, warum hast du die mir gegeben? Wann sind wir jetzt nicht? Geht das überhaupt? Ja. Ja. Ah, mal scheiß festgestellt. Was machst du da? Ja, komm, wachs. Kennst du das nicht? Ernsthaft puffst du den grad an? Musst du auch mal machen. Oh, wie kann man die fest... Äh, Taster deaktivieren? Ich geh nur in der Option, dass du machst. Warte. Ups. Ich empfehle mal ein paar Blöcke hier, ne? Hm. Also ernsthaft puffst du das Ding grad an? Das ist halt so... Ähm... Ist das Quok? Ah, toll. Da braucht man ja immer noch ein paar Blöcke. Da braucht man ja immer noch ein paar Blöcke. Ah, toll. Wunderlich. Ich glaube, man wird klein, ne? Ja. Aua! Hahaha. Ich hab meinen Faden gepupst. Hm. Ähm... Das ist das Zeit. So wachsen die nämlich. Jetzt mal ernsthaft. Ja, Plattform erst größer machen, oder was? Okay, einen Block hab ich. Äh... Ne Quok hab ich, hm? Ne Quok hab ich. Ne Quok hast du? Ja. Weil dann mach ich jetzt schon mal die Plattform größer. Na gut, warte. Irgendwie bleib ich hier zwischen euch irgendwo hängen. Einen Block kann ich noch abbauen? Ja, wir hätten das gleich zu Anfang so machen müssen, eigentlich. Ja. Egal, wir sind halt ein bisschen bekloppt im Kopf. So wie immer. So, soll ich schon? Einen Zeppling hast du ja sonst noch. Ja, soll ich machen? Ja, mach ruhig. Aber du weißt, dass die irgendwie schnell kaputt gehen die Cops, ne? Ja, komischerweise. Oh nein! Fly away little apple! Haben wir überhaupt ne Difficulty hier dran? Ich hab irgendwie noch keinen Hunger verloren. Normalerweise ist der Server auf zwei. Okay. Ja, dann. Dann ist er auf zwei. Hm. Einen Zeppling hab ich auf jeden Fall willkommen. Da ist das zweite. Vier. Wir müssen... Na, fuck. Hi! Das ist geil, ne? Jetzt geh ich mal schon einen Block höher. Oh, schon wieder ein Zeppling gleich geknallt. Können wir Wasser herstellen? Ja, das frag ich mich ja die ganze Zeit, wie man da Wasser kriegen soll. Regen. Ja, aber wie willst du das auch fangen? Und... Kann das sein, dass es durch Exen-Hilo alles... Es gibt ja Wooden-Water-Tanks und noch die anderen Dinger davon. Ich glaub das... Das gehört alles zu Agri-Corp, ne? Ne, Exen-Hilo. Ich glaub es ist Exen-Hilo. Exen-Hilo. Ähm, wir brauchen... ...die... ...Barrel. Um Wasser dann zu sammeln. Also das kann ganz schön dauern, bis wir Wasser kriegen. Und dass wir Erde machen können. So. Was ich erstmal machen würde, ist erstmal ne Kiste. Oh, ich hab nen Zirkwurm schon. So. Ey. Kiste. Kiste und ich tu gleich auch die Zettlingen rein. Mhm. Für den Fall, dass man runterfällt. Ja. Ähm, ja. Ich tu mal den Zirkwurm da mit rein. Und ich tu auch gleich das Buch da rein, weil das könnte man noch gebrauchen auch. Ja, es reicht ja, wenn wir eins haben. Wenn meinst du abstürzt, ist ja egal. Ähm. Apfel. Et Exen-Hilo. Und zwar... ...muss doch eigentlich da dieses komische Sieb geben, ja. Ja, gibt's auch. Oh, ich hab noch nen Zirkwurm bekommen. Das brauchen wir ja für die Strings. Also, es fängt an zu laufen. Okay. Nach den Startschwierigkeiten. So, ich fang... Ich mach mal so nen komischen... Äh, so nen Ding. Nach unserem Superstaat, ne? Ja, unser Superstaat ist super. Brauchen wir... Brauchen wir... Ne, wir brauchen erstmal so nen... Hier, wie heißt es? So nen Kessel, glaub ich, ne? Damit wir Wasser aufsammeln können oder nicht. Ein Barrel. Hab ich doch grad gesagt. Ja, wie nen Barrel und nen Kessel. Ich glaub, weil... Durch nen Kessel kriegen wir nämlich Wasser. Durch nen Barrel kriegen wir auch Wasser. Ja, ich bau mal beides. Furz, kleiner Mann! Furz! Ich steck... Boah. Kleiner Baum. Deswegen. Ich bau schon mal nen Barrel und so nen Kessel. Ja, es muss unbedingt regnen. Das ist das, ja. Ja, aber wenn wir beides haben... Und ne Plattform ein bisschen größer machen. Ja, ja, klar. Hast du noch Setschlinge? Soll ich dir meine Quok geben hier, meine andere? Die liegt in der Kiste. Hm. Ähm... Ich... Pass auf, dass du mir nicht irgendwie runter haust oder so. Ich muss mal ganz kurz bei Fightzilla was reingucken. Weil es ist merkwürdig, dass wir keinen Hunger schieben. Was ist besser? Slaps zu bauen oder ähm... Planks zu nutzen? Ich slaps. Ich slaps nicht sparen da. Wir müssen nur wegen dem Bug aufpassen. Ja. Ja, dann lass uns... Dann lass uns Planks nehmen. Dann ist es scheißegal. Ähm... Lass uns... Vorsicht, geh mal bitte ein bisschen weg. Das passiert mir nicht. Keine Ahnung. Der übergelebt. Der übergelebt. Der ein bisschen anpupsen will. Ja. Der überguckt mal weg. Der überguckt mal weg. Der überguckt mal weg. Ich muss mal kurz in die Server-Providees angucken Ehm... Die Server auch anders eingestellt Difficulti 2 Ja dann... Ah, ich verliere Hunger Achso Nein, Freiblay So, Zirk um hier rein Ich tue den Apfel auch aufbauen Ich wollte mir grad das Zeug nehmen Aber mach du das mal größer, ja Was? Man hört aber das voll lange, ne? Bis das irgendwie wächst Ah, jetzt... What the... Ehrlich? Warum nicht? Warum auch nicht, ne? Egal, dann müssen wir erst die eine... Ey, was machst du da? Ich fahr eigentlich nach oben Ja, kannst du ja Nimm schon mehr so ein paar Nebendinger weg Wir sollten uns mal ne Axt machen Eigentlich Ja, warte... Jetzt mach ich das mal eben Reicht erst mal eine, ne? Ja, ja... Weil sonst ist das zu viel Verschwendung Ja, und kannst doch Hände hinnehmen Ja... Boah, wie hoch ist das denn denn? Boah, wie hoch ist das denn denn? Meine Fresse, ey Da, wo ich stehe, ne? Da tue ich schon mal ein bisschen Holz und sowas abbauen Ja... Damit ich unten die Plattform dafür ein bisschen besser machen kann Ja, der ist noch nach oben und macht von oben die Blätter so weit ab Ja...